Die Haut ist unser grösster Organ. Dementsprechend schenken wir ihrer Pflege viel Aufmerksamkeit. Aber ist das die richtige Pflege für unsere Hautbedürfnisse? Ich finde die richtige Beratung sehr wichtig. Im Dschungel der vielen Produktenlinien kann man sich leicht verirren. Ich gehe jetzt in die Vitality Apotheke und Lamella beraten. Vorgängig habe ich einen Hauttest gemacht und weiss, wie meine Haut seien. Grüß euch! Es gibt natürlich die allgemeine Kosmetik, die man im Grossverteiler findet, unter anderem, die immer frei zugänglich für die Kunden ist und nicht speziell beraten in den Grossverteilerläden. Wir haben die Thermokosmetik, die wir unter anderem Kurs und Schulungen machen, damit wir wirklich spezifisch auf das Kundenbedürfnis eingehen und beraten können. Es wird auch von der Dermatologin und Hautärztin empfohlen. Die haben die Verschreibung direkt. Wir haben auch unseren Naturkosmetikbereich. Naturkosmetik, die wirklich speziell gemacht ist, ohne Paraben, ohne viel Zusatzstoffe drin, oft sehr gut für empfindliche allergische Haut geeignet. Wir bieten bei unserer Apotheke an die Marke, unter anderem Louis Wittmer. Sie ist bekannt für die Schweizer Marke schlechthin, weil es wirklich ein Schweizer Label ist. Sie haben eine neue Nachtrich-Kräme, die noch reichhaltiger ist als die bisherigen Nachtpflege. Sie hat auch eine kleine andere Louis-Wittmer-Doft als der typische Louis-Wittmer-Doft. Musik Atherma ist eine Naturkosmetiklinie, die wirklich sehr spezielle Hautbedürfnisse ist. Also eine empfindliche Haut, hat man viel Rötung, hat man Juckreiz, braucht man etwas, das gut durch die Haut zu befürchten. Musik 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 Es gibt hier viele Linien, Gesichts geredet, Körper geredet, diese Linien, die alles dabei hat. Besonders die, die ich auch gerne die Männer-Naturlinie empfehle, ist sie sehr benutzt. Musik 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 Wie du mir sagst, für die trockene Haut mit einer Basis als Feuchtigkeitspflege, wo Feuchtigkeit auch schon sehr viel helfen kann, die Haut zu trinken bekommt, ein bisschen am Anti-Aging vorzubeugen, also der Hautalterung vorzubeugen. Hier kommen wir zum Beispiel mit dem Istial-Ava. Da sind wirklich die ersten Felder da, weil sie noch nicht so ausgeprägt sind. Beim Avent zur Hautlose-Lilie. Das spendet Feuchtigkeit. Es gibt eine Creme, die man am Morgen, aber auch am Abend auftragen. Für die, die Partou nur Naturkosmetik wollen und etwas fürs Gesicht machen, dann empfehle ich Anne-Marie Börling. Hier gibt es zum Beispiel den Skin & Pore Balancer. Der kann wirklich, wenn man grossbohrige Poren in die T-Zone drin hat, durch die Poren vermindern und die Haut reinigen. Jetzt haben wir ganz viel angeschaut, wie ich meine Haut von aussen pflegen kann. Jetzt möchte ich natürlich auch noch wissen, für die ganzheitliche Pflege, was kann ich von innen machen, damit ich präventiv auch all die Sachen, die wir jetzt angeschaut haben, herr werden oder Frau werden. Von innen her hat die Burgerstein eine Auswahl. Tabletten, die beinhalten vor allem Zink und Vitamin E als Antioxidant. Zink ist immer ein super Produkt für Haare, Haut und Nagel. Und ich denke, das Hautbild allgemein auch verschönern und verbessern. So, wir nehmen sie ein. Danke für die super Beratung. Danke schön. Danke schön. Danke schön.